Ich spiele sehr oft Basketball. Also ich bin sehr sportlich halt. Sportlich sehe ich also oder tue auch gerne auch so singen. Ich spreche sehr oft Englisch, ich spreche auch zu Hause Englisch. Mir in der Schule geht es gerade gut. Also mir geht es sehr gut gerade und ja, ich habe keine Probleme und so. Halt, wenn ich halt mit der Person schon gut bin, halt eine gute Beziehung habe, vielleicht noch ein paar Ratschläge geben, wenn es halt in der Schule Probleme gibt oder zu Hause oder so und wie sie sich besser halt in der Schule konzentrieren können oder besser werden können halt. Also ich würde halt empfehlen, dass du halt alleine dort, wo du dich besser konzentrieren kannst, sitzen würdest und einfach, wenn du dich konzentrieren willst, halt diese Sachen einsetzen, die du halt von jemanden aus deiner Schule hörst, Therapeuten oder so hörst oder von deinen Eltern oder so. Und wenn es gar nicht geht, halt einfach nur versuchen, einfach leiser zu sein oder einfach entspannt bleiben. Ja, und ich konnte mich am Anfang halt so damals halt, also halt nicht so konzentrieren, aber jetzt gehe ich eh schon. Wenn ich zum Beispiel Geschenke bekomme oder gute Noten schreibe, schon Familie und so, als Familie und Freunde.